Wir haben das aktuelle Marktwert-Update der Championship für euch. Hier sind die drei Highlights erst einmal. Ryan Sessegnon zum Beispiel. Für den gelehrten Linksverteidiger ging sein Marktwert von 8 auf 25 Millionen Euro hoch. Sessegnon spielt mittlerweile immer offensiver und ist eher inzwischen ein Linksaußen für den FC Fulham. In der aktuellen Saison erzielte der erst 17-Jährige in 37 Spielen bereits 13 Tore. Ruben Neves, der Portugiese, spielt seit dem vergangenen Sommer für Wolverhampton. Sein Marktwert stieg um 50 Prozent auf 15 Millionen Euro. Neves hat mit gerade einmal 20 Jahren auch schon vier Länderspiele für Portugal absolviert. Und James Madison um 400 Prozent gegen der Marktwert für den Mann von Norwich City hoch. Der 21-Jährige mit einer bärenstarken Saison bisher traf in 37 Spielen schon zehn Mal. Bis zum nächsten Mal. Der 21-Jährige mit einer bärenst ol 1991чша. Untertitelung des ZDF, 2020